Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist wieder die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Ich grüße euch aus dem Landkreis Kloppenburg. Der Landkreis Kloppenburg gehört auch zum Tarifgebiet Weser-Ems, wo wir im Herbst über höhere Löhne und Ausbildungsvergütungen im Gastgewerbe verhandeln wollen. Ich grüße auch alle Arbeitgeber, die wieder eingeschaltet haben und sich für die Gewerkschaftsarbeit interessieren. Ein Hotelmitarbeiter hat mir vor einigen Tagen gesagt, dass sein Arbeitgeber überhaupt nicht Mitglied im DEHOGA ist und die Tarifwarnung deswegen ja für ihn auch gar keine Bedeutung hat. Das ist so nicht richtig. Zunächst einmal muss man feststellen, ein Tarifvertrag gilt ja immer für eine gesamte Branche. Wir haben einen Flächentarifvertrag und auch die Betriebe, die nicht Mitglied im DEHOGA sind, die schauen sich ganz genau an, was verhandelt die NGG denn mit dem DEHOGA dort. Was steht da im Tarifvertrag drin? Denn so ein Tarifvertrag ist sozusagen die unterste Haltelinie für das, was in einer Branche gezahlt werden soll. Da mag es immer Ausnahmen geben, aber ganz viele Arbeitgeber schauen sich schon an, was denn die Konkurrenz zahlt, was da als Branchenüblich dann vereinbart wird. Und das wird halt im Tarifvertrag zwischen NGG und DEHOGA festgelegt. Das heißt, wenn wir mit dem DEHOGA einen Tarifvertrag abschließen, wo dann im Endeffekt nachher deutlich höhere Löhne und Ausbildungsvergütungen drinstehen, ist es die Regel, dass auch die Betriebe, die nicht im DEHOGA sind, am Ende auch die Ausbildungsvergütungen und die Löhne erhöhen werden. Weil sonst haben sie natürlich das Problem, dass die Betriebe, die es besser zahlen, eher Mitarbeiter finden und Fachkräfte. Und die, die weiterhin deutlich darunter sind, einfach viel mehr Probleme haben. Und wir haben natürlich in der Branche heute einen Fachkräftemangel, wir haben einen Personalmangel. Und diejenigen, die sich mindestens an das halten, was wir in der Branche vereinbart haben, die haben es natürlich dann auch ein bisschen einfacher, an Personal ranzukommen. Von daher betrifft auch die Tarifwarnung euch, wenn ihr an einem Betrieb arbeitet, der nicht im DEHOGA sind, indirekt schon mit. Darüber hinaus, wenn bei euch im Betrieb mehrere Kollegen sind, die es nicht so richtig toll finden, dass der Arbeitgeber sich nicht an den Tarifvertrag hält. Denn im Tarifvertrag sind ja noch mehr Sachen geregelt. Wir haben auch noch einen Manteltarifvertrag, der festlegt, wie viel Urlaubsgeld bekommt man, wie viele Urlaubstage, wie ist das mit Zuschlägen geregelt. All solche Sachen gelten ja für euch nur dann, wenn der Tarifvertrag auch zur Anwendung kommt. Dann kann man mit dem Arbeitgeber auch zur Lösung kommen, dass er auch den Tarifvertrag anwendet, wenn er nicht im DEHOGA ist. Aber dafür müssten wir bei euch im Betrieb ein paar Mitglieder haben. Denn nur wenn ein einzelner Mitarbeiter kommt und sagt, ich bin damit unzufrieden, das reicht nicht, dass wir auf den Arbeitgeber zugehen. Wenn ihr mit mehreren Kolleginnen und Kollegen seid, im Idealfall aus dem gesamten Betrieb, also aus der Küche, aus der Rezeption, aus dem Housekeeping, aus dem Restaurantbereich, dann würden wir uns mit euch zusammensetzen und versuchen, Wege zu finden, wie wir den Arbeitgeber motivieren, dass auch der sich an Tarifverträge hält, auch wenn er nicht Mitglied im DEHOGA ist. Das kann dann nachher ein Anerkennungstarifvertrag sein. Das kann sein, dass der Arbeitgeber freiwillig erkennt, Tarifverträge sind gar nicht so schlecht. Und bevor ich zu viel Ärger bekomme, halte ich mich an die Tarifverträge. Und das geht aber nur, wenn wir das gemeinsam angehen. Denkt mal darüber nach. Das betrifft ganz viele Betriebe hier in unserer Region. Und gemeinsam können wir da auch bei euch mit Sicherheit einiges hinbekommen. Auch wenn euer Betrieb nicht im DEHOGA ist, wird er sich irgendwie anschauen, was machen wir denn da. Und wenn er das nicht tut, können wir gemeinsam trotzdem einen Weg finden, wie wir auch bei euch die Arbeitsbedingungen verbessern können. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienst und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis bald!